moin moin leute und herzlich willkommen zu dead by daylight ich hoffe mal die leute drücken sehr schnell auf ready weil ich habe lust leute zu töten klingt seltsam ist aber so ja falls meine stimme etwas anderes klingt tut es mir leid ich bin ein bisschen verschnuppt dezent ein kleines bisschen aber ich denke mal das merkt man nicht so sehr ja wir spielen heute die die erste killerrunde ist jetzt mit dem geist einfach weil wir auch die tägliche haushaltung haben ich könnte noch das machen die sache ist wir hatten aber erst vor kurzem den clown deshalb lasse ich das erst mal zur seite leg ich das lege ich diese herausforderung einfach mal ein bisschen beiseite aber hey du hast wohl probleme damit auf ready zu drücken hör du musst das ins unermessliche hinaus zögern scheiß drauf die leute wollen dass wir loslegen ach komm warte ich doch mal bis die zeit abläuft du bist richtig mieser du bist ein richtig richtig mieser so geist ja ich habe die etwas erhöhte bewegungsgeschwindigkeit und dass die glockerheit ein bisschen schneller also dass ich etwas schneller aus meiner tarnung herauskomme und ich hoffe einfach mal dass die map mitspielt und diese war auch dass das keine blamage für mich wird ist die erste runde ich nehme eigentlich ich spiele jetzt aktuell nur die folgen die ich aufnehme also ich bin nicht dazwischen irgendwie deshalb verzeiht mir sollte ich jetzt noch nicht allzu warm sein und allzu gut aber ich denke mal das wird mit der zeit weil ich vier runden spiele und fertig dann hey ich denke mal da ist nächstes werde ich mal lever face spielen hat man noch gar nicht glaube ich kann sein ja ja hat man noch nicht ich habe ein ohrwurm tut mir leid kann dezent sein dass es hin und wieder mal zu summenden geräuschen kommen wird und dann legen wir gleich jetzt los 5 boost Das ist unglaublich, wie lange der Timer zählt für den Überraschungsangriff. Das ist eine sehr starke Palette. Tja, hast du dich besser gefühlt, als du bist? Oh, guck mal, die Wuhlen ist weg. Tja, du wirfst alle vier Paletten um. Du bist sehr kontraproduktiv für das gesamte Team. Und das war eine verkackte Flashlight. Okay. Okay. Hi. Hast du sehr gut gemacht. Ich habe ihr ein bisschen den Weg blockiert. Das heißt, sie musste jetzt den langen Weg laufen und das war einfach sehr gut für uns. Was? Somit kriegen wir sie jetzt anhalten. Da sind welche am Jen. Oh, sie ist sogar tot. Ja, gut. Wo haben wir denn die nächsten? Wuuuuiiii. Ich glaube, das willst du nicht, meine Freundin. Es wird sein können, dass sie Quick and Quiet hat. Hauen wir mal kurz noch die Puppe hier kaputt. Gucken wir mal kurz, ob sie hier irgendwo rundherum steht. Ja, komm. So, versuchen wir mal zu juggeln. Weil sie hat ja definitiv Decisive. Da läuft sie. Ah, ich dachte, ich habe die Range gut. Ah, schade. Ich dachte, ich kriege den Hit noch durch. Egal. Sie ist jetzt da. Der andere wird jetzt in Richtung des Hooks gehen, gehe ich mal von aus. Hier oben. Ah, die ist hier runtergehüpft. Okay. Schauen wir mal. Ich meinte auch, ihn hier gehört zu haben. Aber es kann auch täuschen. Der Jen ist noch nicht. Der Jen ist noch nicht. Der auch noch nicht. Warum hast du den Sprung gemacht? Der bremst sich doch nur aus. Hier sind sehr viele Jens. Kurz davor, erledigt zu werden. Die wird wieder das gleiche machen wie gerade eben. Nö. Ah, schade. Erwischt. Erwischt. Und nochmal erwischt. Tja. Du hast dich besser gefühlt, als du bist. Und du bleibst. Ja, du bleibst hier. Ja, du bleibst hier. Du bist nicht so gut, wie du denkst. Okay, wir haben etwas Zeit vergeudet dadurch. Also, sie haben etwas Zeit vergeudet dadurch, dass sie ihr Hochgeholfen haben. Das ist, dass sie am Heilen, dass sie am Hocken. Erwischt. Erwischt. Ist jetzt versaut. Ah, schade. Diesmal hat sie nicht die Bewegung gemacht, die ich erwartet habe. Sehr schön. Gegen die Wand gucken. Ich dachte, ich hätte sie gerade hier am Gen gehört. Ah, wozu am Gen dann, wenn man sie durchs Gas laufen wird. Ah, schade. Ah, kacke. Sag es doch. Du bist nicht so gut, wie du denkst. Jetzt blendet sie mich. Nee, tut sie nicht. Sie rennt weg. Ich kann das den ganzen Tag. Du aber anscheinend nicht. Hm. Oh, grün nur. Dir fehlt ein Gen, meine Freunde. Dir fehlt ein Gen. Dir fehlt ein Gen. Dir fehlt ein Gen. Das ist dir wahrscheinlich auch gerade eingefallen. Und tschüss. Sehr gut. Ja, ein Gen. Vier Kills. War eine gute Runde. Damit kann man doch leben. Und nochmal 20.000 Blutpunkte dazu. Na, wie sieht das aus? 8.000. 8.000. 8.000. Oh, 6.900. Wieder fast eine perfekte Runde. Und dann haben wir sogar nochmal die nächste Stufe erreicht. Sehr schön. Wie flippt? Blutscherben. 195. Ah, noch ein Level. Und dann. Noch jemand Decisive spielt. Nö, nur er. Lappen. Man spielt kein Decisive. Decisive ist lächerlich. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. War eigentlich eine gute Killerrunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Haut rein, Leute. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Vielen Dank.